Willkommen in der Gemeinschaftspraxis Alterhof im Zentrum Münchens. Hier betreuen Sie sechs Facharztspezialisten in der Diagnostik und kompetenten Behandlung Ihrer Herz-, Kreislauf- und Schilddrüsenerkrankungen. Wir arbeiten mit den modernsten diagnostischen Verfahren, um eine optimale Behandlung Ihrer gesundheitlichen Probleme zu gewährleisten, wie zum Beispiel der Stress-Echo-Kardiographie, Farbdopplersonographie der Schilddrüse und Herz-Sintigraphie. In Verbindung mit der persönlichen Zuwendung bildet dies die Grundlage für eine kompetente Beratung und Behandlung unserer Patienten. Unser Leistungsspektrum wird ergänzt durch ein umfangreiches Angebot an Vorsorgemaßnahmen und individuellen Gesundheitsleistungen zur Früherkennung von Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. Ihr Kompetenzzentrum für Herz-, Kreislauf- und Schilddrüsenerkrankungen freut sich auf Ihren Besuch. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Ich bin froh, aber es ist für mich beim Untertitel.